mein elysium jeder mensch ob reich ob arm muß ein plätzchen haben wo er sich bei freud und harm traulich kann vergraben meines ist ein kämmerlein niedrig zwar und enge tief wird's kaum für ellen sein sieben in der länge wände hat es ihrer vier aber keine decke denn statt dieser zeigt sich dir eine lange ecke fast den allerkleinsten raum füllt des fensters zierde und vom himmel seh ich kaum fünf zoll ins gevierte was die möbel anbelangt sind's meist invaliden denn was andere abgedankt wohnt bei mir in frieden an den wänden ringsherum siehst du große geister im repositorium werke dieser meister noch ein liebchen sei erwähnt das ich oft ergreife das dort traulich winkend lehnt meine lange pfeife also schaut mein plätzchen aus s liebste mir auf erden wär ich nicht ein lustig haus möcht ich klausner werden mein elysium ein ein Untertitelung des ZDF, 2020